. 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 Ja, Feste! Servus. Servus. So, heute, wie ihr seht, führe ich euch aufs Glatteis. Wir spielen heute Curling. Curling Challenge für euch. Ich freue mich. Ich mich auch und heute fege ich dich richtig von der Eisfläche. Ja, Nico wird heute nichts zu lachen haben. Ich fege dich richtig runter, komm. Ich bin gespannt. Ihr seid schon am schwitzen, siehst du. Ja, und ich weiß kein Preis. Challenge Nummer 1, Banden-Challenge. Das heißt, jeder von euch hat drei Steine. Es wird immer abwechselnd gespielt und euer Ziel ist es, von oben loszuspielen und den Stein möglichst nah an die Bande zu bekommen. Wer die Bande berührt, Fehler, zählt nicht, aber möglichst nah an die Bande zu kommen. Bleib doch nicht stehen! Du musst wischen, Matze, wischen! Soll ich wischen? Sorry, Matze. Der ist auch zu stark, oder? Achtung! Ich glaube, wischen muss man nicht. Das wäre geschlossert. Scheiße! Renn, Junge! Oh, der ist nicht schlecht. Ja, da hätten wir doch schon mal einen in der Wertung. Super! Ich mach eine Markierung hin. Nikolaus, krachen jetzt! Oh, nicht so schlecht. Scheiße, das reicht nicht! Der schläft ja ein! Das reicht nicht! Der schläft ja ein! Scheiße! Der kommt richtig gut! Der wird gut! Oh, der hat den berührt! Aus Versehen! Oh! Der hat den berührt! Aber das ist ja eigentlich... Der hat den berührt! Oh, aus Versehen! Ja! Leider in den Stein gerührt! Das können wir leider nicht sehen lassen! Scheiße! Scheiße! Eddie nicht gewinnt! Ja! 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 In dem Fall ist Matze eindeutig näher dran wie Nico. Matze, Challenge 1 geht für dich! Jawoll! Egal! Challenge Nummer 2, die Takeout-Challenge. Jeder hat wieder drei Versuche. Wir spielen wieder abwechselnd. Diesmal beginnst du, Nico. Ja! Ziel ist es, so viele Steine des Gegners aus dem Haus befördern wie möglich. Oh! Trifft er? Nein! Der geht genau durch, oder? Oh! Ja, gut! Welchen Salten? Einen! Knapp zwei! Auf den habe ich zwar nicht gezielt, aber... Nein! Oh nein! Nein, der dreht vorbei! Der dreht vorbei! Go, 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 go! Ja! Zählen das beide? Zwei! Sehr gut! Zählen beide! Nee! Ich habe vergessen... Du hast noch Zeit! Du hast noch Zeit! Okay! Du hast noch einen Versuch! Ja! Den brauche ich auch! Nein! In's blauen! Zu kurz! Zu kurz, Matze! Das war die falsche Challenge! Hä? Ja, aber der dreht richtig rum! Ey, das gibt's nicht! Ah! Was ist da passiert? Nein, nicht durch! Bitte! Bitte! Ja, das gibt das Tor! Jawoll! Super! Scheiße! Glückwunsch, Matze! Danke dir! 2 zu 1 für dich war knapp die Takeout Challenge! Komm! Aber wir haben noch die dritte Challenge! Steckst hier irgendwo rein! Wir haben noch die dritte Challenge! Der Verlierer kann die Dinger jetzt tragen und nicht schieben! Ja, komm! Bis gleich! Kommen wir zur dritten Challenge! Zur Curling Challenge! Wir machen ein echtes Curling-Spiel! Jeder hat drei Steine! Ihr spielt wieder abwechselnd! Versucht die Steine so nah wie möglich in das Zentrum des Hauses auf den Dolly zu bringen! Wer am Schluss, am nächsten zur Mitte ist, hat die Challenge gewonnen! Ab der Linie noch so ein bisschen! Ey, wett's da! Toll! Zu schnell, Matze! Bisschen, Matze! Ja, aber der bleibt liegen! Yes! Ah, der liegt schon immer gut! Yes! Wooo! Ach! Ach, shit! Ja, der geht! Weiter! Der geht! Sehr gut. Yes! Hat er den losgelassen? Halt an, Junge! Jetzt hat er zwei drin. Der geht raus. Fuck! Der brennt ja schon eine Woche ein. Der ist zu lahmarschig! Jawohl, wisch, wisch, wisch! Und jetzt den anderen! Wisch, 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 wisch! Rein damit! Danke! Oh, der wird gefährlich. Der kann auch da hinten drauf gehen. Jawohl, da wollen wir auch nicht wischen. Ah, der war... Der war auf Nummero sicher. Aber einen Punkt gemacht. Dritte Challenge, Nico, die geht an dich. So, Jungs, ihr habt gesehen, Curling ist doch sehr feinfühlig. Aber durch das Wischen braucht noch ein bisschen Kraft. Curling Challenge geht an... Matze! Yeah! Das war ein leichtes Spiel heute. Habe ich dich mal schön platt gemacht, wa? Junge, hau ein wirkliches Hut für den Meinen Korn. Und wenn ihr mehr sehen wollt, dann klickt genau hier. Ja! 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 Ah!